z war waffen wechseln x war das sonnen wechseln sie war schießen ich war mir ziemlich sicher dass es z war ich muss jetzt von der hand machen ich kann gerade nicht drücken weil gar keine waffe als alternative da ist ja das macht es mir das da baut das bricht kurz die munition ab bau doch die munition weiter ich band ich band also dich bau mal ab so ist doch nicht so das heißt ich muss jetzt genau dich nach da 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 so was war doch sehr intuitiv oder ich könnte auch den optionen nachgucken sieht irgendwas umgestellt hat nix mit dem kuh ja okay das ist dann einfacher Alter Schwede, dauert das lange Ja, und ich komme da auch gar nicht ran Was für eine vielzülle Basen, die ich töten müsste Aber es funktioniert Ich kann jetzt aus einer recht langen Reichweite jeden Spawner theoretisch töten Wenn ich nur ziemlich, ziemlich, ziemlich Viele Ressourcen dafür einsetze Weil ein so ein Magazin kostet Was? Ein so ein Magazin kostet Zwei Stahl, zwei Co... Ja, es geht Es sind aber, glaube ich, immer nur vier Schuss Vier, fünf Schuss Das Ding alle Hm Oh, was bist du da? Ich sehe dich Du bist ein Einer-Spawner Mal verwechseln Da schmeißen wir noch ein paar Giftkapseln rauf Ein paar Slowdown-Kapseln Okay, die Giftkapseln haben nicht gereicht Dann schieb mir mal ein bisschen Schrot hinterher Oh Hey, ganz ruhig, ganz ruhig Ein Blauer ist kein Problem Lauf, 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 lauf Sagte ein Blauer ist kein Problem Okay Weg Ja, hat sich hier neu eingesiedelt Also es kann auch sein, dass diese Expansionen von den Alien immer so etappenweise sind Also das jetzt, keine Ahnung Alle Stunde mehrere Wellen losgeschickt werden Wo dann neue Basen gebaut werden Das heißt, die Basis hier könnte, wenn die Theorie stimmt Zum gleichen Zeitpunkt gebaut worden sein Wo wir unten den Angriff hatten Oder sie war schon immer da Und ich habe sie einfach immer sehen Das kann natürlich auch sein Äh Und ja, ich laufe jetzt gerade schon wieder weiter Ich will nur ganz kurz gucken, ob die Basis hier machbar ist Ist das nur das Bitter? Das ist gut und schlecht gleichzeitig Schmeiß mal Giftkapseln Wow Ja, macht ganz schön gut Schaden Au, 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 au Komm, du musst doch einen Spawner zerstören Sonst bringt das hier gar nichts Lauf Oh, ich habe naja sehr viel zu tun Sehr gut, Gerogon Du hast jetzt alle Spawner angeschlagen Du hast eine Horde Spucker Du hast keine Giftkapsel mehr Giftkapsel Und kein einziges Spawner zerstört Und hängst an Bäumen fest Sauber Ganz sauber Was? Cool Okay, jetzt Mach einen kaputt Mach einen kaputt Mach einen kaputt Mach einen kaputt Mach den Wurm kaputt Und töte erstmal diese Horden Da, die gespawn sind inzwischen Oh Oh nein Nein, nein, nein Nicht, 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 nicht Guck auf die Minimap Guck zwischendurch auf die Minimap Laden Weglaufen Das ist nicht schön Sowas mag ich nicht Weg mit euch Dabei müsste ich das nicht mehr Ich habe doch gerade schon festgestellt Dass ich genug Einer der Wack da habe Aber man kann nicht Doch, kann man Das ist ein Problem Mein Name ist Gerugon Und ich habe ein Problem Mit Alienate Fakten Ich kann einfach nicht genug bekommen Auch wenn ich inzwischen weiß Dass ich davon gar nicht mehr So viele brauche Weg, weg Und ich laufe so zur Mauer Als wenn sie mir helfen könnte Das ist auch sehr lustig Oh Langsam Die kleine geprügelt Aber echt langsam Das sind die Berserker alle Schild ist oben Komm Komm, komm, komm Oh, oh, oh Nicht, nicht, schon wieder neu Lagen müssen Nicht in die Basis laufen Nicht in die Basis laufen Vielleicht verlangsamen die Jungs So, schön im Kreis Schild sind oben Keiner weg Boah, es wird echt Zeit Für die Combat Laser Shutgun Aber da haben mich die Kommentare Schon demotiviert Da braucht man angeblich Eine MK5 Mining Drill Geschichte für Und MK5 Ist jetzt noch so ein bisschen Außerhalb unseres Paar Unis Shit Regenerieren die? Ja, die regenerieren sogar ziemlich schnell Okay, ich muss den Rupen da killen Okay, ich glaube ich habe Zwei Ja, zwei Leichen liegen da Das ist garstig Oh Also wenn die kritische Masse haben Und sich gegenseitig Immer mit ihren Körpern schützen Ist das ganz schön schwierig Oh, oh Weil ich dann halt einen anhau Und den dann nicht tot kriege Und während ich das nächste Mal Eine Chance habe, ihn anzugreifen Ist das schon wieder hochgeneriert Einer weg Na, so weit Ich glaube ich gleich Keine Slowdown-Module mehr Äh, ja Mach gleich den nächsten bitte Und weg Da unten ist einer Genau Komm her, komm her Oh Lass mir schon Zeit erkaufen Oh, der rote ist Ne, 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 ne Ich will von unten Da hinten an den roten Rang Gut Jetzt kommt ihr nicht mehr durch Durch mein Schild Back, 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 back Die doofen, doofen, doofen Alien So Ich sollte aufhören Das Das Autosave-Laden Da hat mir gereicht Das mag ich ja nicht Kümmern wir uns jetzt um das Was wir eigentlich machen wollten Wir wollten Gab es viel Sniper-Munitionen bauen Und Basen gegen Nein, wir wollten Vorbereiten Für die Roboter-Geschichte Das zu machen Dass die alle schneller arbeiten können Das heißt Jetzt wirfen wir bitte ganz kurz Das Ding da raus Wir sind zu Hause Zu Hause brauchen wir kein Licht Also Gleich Zumindest Komm Licht Zivilisation Da Da haben wir Sprit-Probleme Sprit Oh Ganz viele grüne Chips kommen angeflogen Das ist schon mal ein gutes Zeichen Was sagen die Ressourcen Wir haben Grüne Chips im Angebot 850 Stück Wir haben aber kein Eisen mehr Das wiederum ist nicht so schön So Das heißt wir brauchen eigentlich nur mehr Schmelzöfen Weil wir haben ja unten diesen super schnellen am Arbeiten Wir brauchen wir Steinziegel Machen wir uns den Steinziegel So was war noch Wir brauchen noch hier Oh du hast schon ein paar reingetan So Mach die alle zu Erinnertifakten Dann haben wir Laser Turtles 2 gleich Ja und 3 könnten wir fast hinterher machen Aber wir brauchen 3000 rote 2000 grüne und 1000 hellblau Wie viele haben wir im System? Keine mehr Das ist schon auf Hochschule am Arbeiten Ja Ne also Laser Turtles 3 muss warten Bis sich das erholt hat Ich werde dann auch das mit den Robotern Nicht direkt im Anschluss machen können Oder Ja die brauchen auch 300 jeweils Das heißt nach dieser Forschung müssen wir uns erholen Wir haben weder rote noch grüne noch hellblaue Tränke gerade Über Naja rote gehen Ja rote kriegen echt Aber grün und hellblau Sind problematisch Oh Slowblancen werden schon wieder aufgeladen Sehr schön sehr schön Lasertürme Ein Stack Lasertürme Könnte ich jetzt nach Westen packen Mache ich glaube ich auch mal Haben wir noch genug Ressourcen? Ja Gute E Gleich noch ein Robo Port für den Westen Und wir haben hier auch ganz viel Landfill Also wir können jetzt die westliche Verteidigungsanlage weiter ausbauen Alles gut Alles gut Schöner Ausgleich zu dem panischen Rumgelaufe und Geschieße Lasertürme Hatten wir Hatten wir Hier nicht mehr So Zack Zack Ähm Blueprint Nimm mal den Blueprint Die kommen wir hier leer machen, oder? Ja Ja Rechte Maustaste einfach Ähm Mach bitte ein Blueprint Hiervon So So Dann brauche ich mehr davon Wow Ja die sind teuer Oh ja Jetzt sind die Roboter am losfliegen Holen die Sachen Setzen das Ganze hier hin Und ich muss nichts mehr machen Das ist sehr schön Das heißt Mach ich dir bitte schon mal Platz Beep Beep So Immer noch nicht fertig Immer noch nicht fertig Zzzz Ich fühle mich auch bald wieder drum Da Rote Chips Was fehlt euch? Plastik Ernsthaft? Okay Das kann man erwartet Aber Eigentlich Verständlich Weil Kein Kein Kohle drin Irgendwann sind die halt leer Du Du Das bisschen Kohle Was wir noch haben Da rein Das bisschen Kohle drin Das bisschen Kohle drin Das bisschen Kohle drin